Oh, die Leiter hoch? Ne Muss ich hier lang? Ja, dann guck ich noch mal vorne Achso, hier sind noch Munition Ne, dann gehen wir hier lang Habe ich hier nicht kein Arbeit gelesen? Oder auch nicht, auch nicht Dankeschön Ja, dann gehen wir mal hier raus, ne? Dann sind wir doch noch auf dem Weg zu Homestock's Haus An die Schaden Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann Oder? Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam Es war ein Traum Es war New York Nur die Schaden Es war immer noch viel größer Und es stand in Flammen Hm Hoffentlich fährt die Magie des Propheten nicht auf dich ab Ne, hier steht ja einiges in Flammen Ja gut, nur so ein bisschen neu aus, ne? Hallo Hallo Oh nooo Fuck, ich dachte ich hätte Feuerball Aufs Getriebe zielt Aufs Getriebe zielt Ich muss auch mal Fremd ziehen Oh, ich muss jetzt mal nachladen Okay, hat er explodiert Okay, hat er explodiert So Aiming braucht man nicht wirklich mit der Pumpe Die streut so übelst in alle Richtungen Wenn man was von Dingen, wo man durchgucken kann Aber ich denke mal hiervon habe ich viele verpasst Es ist aber auch der Punkt, wo man hier gucken kann Eigentlich müsste man auch genau hier den Punkt haben Na egal Schauen wir nochmal durch Und gucken, dass wir ein paar schöne Statuen sehen Alles klar Hier haben wir den Ach, das... Das braucht noch was, dass man dann ein Trophäe kriegt Gucken wir mal, dass wir hier reinkommen Sieht einfach aus Dankeschön Warte, 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 das ist ein Präzisionsgewehr Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt worden Ich kann das nicht nehmen Die beiden, zumindest sie Achso Er fand die Technologie durch die diese Stadt schrieb Böse 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 Gehabt haben sein Zu haben, gehabt haben, sein? Das stimmt doch nie Die scheinen helfen zu wollen Die scheinen sie nicht alle zu haben Bei doch Hä Hä Der Fakt, dass wir oft Den Satz des anderen beenden Ganz genau Umgekehrt das seltsamer Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe Was? Was? So, einmal noch schnell hier alles durchsuchen Geht da Ruki-Zuki Okay Ich komme gleich zu euch Moment Moment, warte, warte, warte Das sieht aus wie Wasser Wenn wir hier stehen Das ist aber nicht schade Das war aber die Fahrer Okay, ich glaub der Feuerball ist bereit Ach das hat gebrannt, okay Okay, das ist Öl Das ist gar kein Wasser Ich hab gedacht das wär Wasser Toiletten sind geschlossen So, ich hab schon wieder 1800 Das heißt Ich schau nochmal hier rein Nein, haben wir immer noch nicht Geh ich jetzt auf die Waffen oder ein bisschen auf die Kräfte? Schwierig, schwierig, schwierig Schwierig, schwierig Haben wir noch irgendwas für die Punkte? Ich guck nochmal ganz kurz durch So ein Geschoss Stohle Wir müssen ja auch nochmal den Revolver spielen Oh, das ist so teuer Aber den müssen wir auch nochmal spielen Dann machen wir das einfach mal Bei Schaden, wenn er ein bisschen abgegradet ist direkt Und 400 haben wir noch Ich hab gesagt 1000 möchte ich auch denen noch Oder wie teuer sind die ganzen Sachen? Ja Was könnte ich denn nochmal machen? Und dann hier Das, das Ha komm, machen wir mal die Krähe, damit die auch was bringt Und jetzt heißt es erstmal wieder sparen Hier rein Hier haben wir ein Safe Hier haben wir ein Safe Ja, mach 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 Ich hab ihn auch noch fix Fertig 19 Stück, ich weiß gar nicht wohin damit Kann ich mich wirklich gar nicht mehr daran erinnern Das ist so krass, wa? Ich mein, man hatte immer zu wenig Jetzt hab ich wieder Geld bekommen Mal kurz gucken, was hier noch hingeht Bisschen Munition Okay Jo, die Toiletten sind zu Gut Dann hab ich schon wieder Dann hab ich schon wieder Gehen wir mal hier lang 1200 hab ich schon wieder Der Gezweck gehört uns Exekutiert jeden der Ärger machen könnte Jeden bewaffneten Jeden der Ärger Den Rest treibt zusammen Hey, da, ein Lockbank Mr. Comstock Wenn wir uns das nächste Mal treffen Dann nicht zu Verhandlungen Sehen sie Ich war bei dieser Hall of Heroes Um ihren falschen Hirten für sie zu skalpieren Er steckt es sich aber raus Du Witch sprichst zu Half mir Mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen Um den ich mich Neuerdings kümmere Nachdem ich nun gehört habe Wie es dem Kleinen in ihrer Stadt erging Den König Wenn wir ihn in die Hauptverlauf ziehen Dass ich ihm das Messer heil Ich hab noch eine Trophäe Wo man besoffen Leute Tötet Ich weiß noch nicht wie viele Ja einer kam jetzt am Zähler drauf Nein, nein, ich hab schon wieder zu schnell geklickt. Ich muss mal ganz kurz gucken, was ich da jetzt gemacht hab. Ne, zurück. Ich will nicht die Hosen, ich will die Pullover. Schocken, ich arbeite ja jetzt nicht so. Ne, wir machen das lieber. Jetzt sind ja da Feuertyp, jetzt der Schocktyp. Ach so, hier sind wir wieder. Ja, für dreimal könnte ich was kaufen. Was kostet denn hier 300? Einfach nur was können. 333. Ja, genau, mit dem will ich ja gleich auch nochmal schießen. Wenn ich die Schrotrühne immer voll hab. Was war denn, wenn ich unter war jetzt? Jawoll, was? Kommt drauf aus. Kann man uns wieder ein Filmchen angucken. Ja. Äh, voll zu lebt. Bisschen Geld wieder gesammelt. Kann man die abspülen hier? Eckige Fliegen auf dem Klo. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Haben wir noch was hier? Ich hoffe, ich habe alles Dann gehe ich nochmal hier unten rein Was ist alles? Was ist alles? Geld Haben wir schon wieder fast 1500 Jetzt haben wir über 1500 Soll ich noch einen Waffenbuß kaufen? Wir versuchen alles so voll wie möglich zu kriegen Was günstig denn hier sonst niemand? Was machen wir? Hier das noch Wie gesagt, mit der Waffe möchte ich ja als nächstes schießen Perfekt, zack Ich denke mal, dann geht es da oben weiter Ich denke, wir sollen mal sein Dienst tun, ja Ich denke, wir sollen mal sein Dienst tun, ja Was ist mit dir? Es dauert noch ein wenig Was geht da ab hier? Was geht da ab hier? Ich könnte schon wieder was kaufen Aber jetzt möchte ich erstmal sparen Hier, gut aufheben Danke Hier flackern die Texturen etwas Ich laufe nochmal eine Runde bevor ich da oben lang gehe Hier Okay, dann gehen wir da oben hin Ich kann die Kräne auch nochmal ausprobieren, nehm ich ja zugehebe Keine Salze mehr, schade Keine Salze mehr, schade Dann machen wir da nochmal einen Tränenstoß Na, ich glaube der ist am besten hier auf dem Feuer Na, ich glaube der ist am besten hier auf dem Feuer Oh, was macht ihr denn hier? Ich sehe, ob ich noch was finde Und seine Sorte ist durchgehend Und seine Sorte ist durchgehend Hier, ohne Ideen! Rucker, hier! Gut, so Danke Ich mache jetzt einen Kampskürze Ich mache jetzt noch einen Kampskürze Wieso? 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 Ich denke, das ist glaube ich nicht so Weil Leute, das bringt mir was Wenn ähm Wenn die da reinrennen Natürlich, ja Danke Wenn die da reinreden Jetzt stirbt doch mal ein Mensch Jetzt stirbt doch mal ein Mensch Mein Mensch Oh, ja 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 ja! Ich habe einen Hubschrauber, ich habe einen Hubschrauber. Nee, ich habe einen Hubschrauber. Ich habe einen Hubschrauber. Ich habe einen Hubschrauber. Ich habe einen Hubschrauber, das ist er. Aber es ist aber nicht schön. Lass mich nicht auf! Ich bin nicht auf! Prima! Eine Sch***e Möge! Du bist leider auch! Ach komm ey! Habe ich denn hier noch für möglichkeit? Nimm den Haken! Den kann ich gar nicht kaputt machen. Komm mir lieber runter! Wer möge es bräuchten? Den Stadten sind dran! Arke! Wapsel vorpack! Wuppa! Achtung! Danke! Mach du immer den Verräter! Oh mein Gott! Mann, er hat aber Unteiming, ey. Oh, ich hab hier fast noch gar nicht kaputt, ey. Gucken, was wir hier noch haben. Vielleicht haben wir die Sachen, die mir helfen. Ne. Ich will einen Mann, ich will einen Lied. Ich will einen Mann, ich will einen Lied. Eine Schöne! Meine Güte, die Dämmerung hat. Jetzt in Markau. Farsch, mal lecken. Fuh, 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 fuh. Das war wieder... Eine interessante Kampfszene hier.